Ich zeige euch heute die Stadtbibliothek und dann will ich mal anfangen. Hier sind die Kinderbücher. Hier ist ein Schülerzentrum. Und hier findet man Sachen, zum Beispiel hier ist was über Islam und ich würde sagen über Religion und Stämme und das finde ich ganz cool gemacht. Das ist so ein Riesenbuch, wo kleine Bücher drin sind. Warum kommen Sie denn in die Stadtbibliothek? Sie könnten doch auch Bücher kaufen in den Buchladen. Weil ich hier eine ganz große Vielfalt vorfinde, gerade auch für Kinder. Und da mein Sohn ganz viel liest, ist es natürlich ganz praktisch, dass wir die Bücher unproblematisch zurückgeben können und dann direkt neu ausleihen können. Haben Sie irgendwie ein Lieblingsbuch? Ich selber? Ja. Ich mag von Fizek gerne der Insassen. Was findest du an der Stadtbibliothek schön? Dass es hier so viele Bücher gibt und auch für verschiedene Altersklassen. Und warst du hier auch schon mal beim Lesen für den? Nein. Okay, danke. Schön, das war schön. Was finden Sie an der Stadtbibliothek hier cool ist? Dass ich hier einfach bis abends um acht gucken kann, was es für neue Bücher gibt und was ich mir gerne ausleihen möchte. Waren Sie schon mal in einer Lesung? Ja, schon so oft. Warten Sie sie gut? Ja. Was mögen Sie an der Stadtbibliothek? Dass man sich hier Bücher ausleihen kann und die nutzen kann, um zu lernen. Haben Sie auch zu lernen? Nee, wir sind tatsächlich das erste Mal jetzt hier. Was finden Sie so schön an dieser Bibliothek? Ich komme mit dem Rollator überall hin. Das war in unserer Alten nicht der Fall. Was denn? Ich finde das Angebot hier recht schön und vor allem übersichtlich gestaltet. Ja, das haben wir schon überall gehört. Also ich finde auch, dass wir richtig schön sind und groß. Welches Buch ist hier lieblich? Boah, das ist schwierig festzulegen. Ja? Ich würde spontan sagen, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Genau, kam auf Michael Ende. Mein Lieblingsbuch. Ruhe und Sanft von Agassacristi. Was finden Sie so toll, wenn Kinder lesen? Also, wie finden Sie das? Das ist super, weil dann entwickeln sie ja eine Fantasie. Weil wenn du einen Film guckst, dann hast du ja alles vorgekaut. Bilder, Dialoge. Wenn du ein Buch liest, fehlen dir die Bilder und du musst dir aus dem Kopf quasi selber vorstellen. Was finden Sie so schön an dieser Schriftung, an dieser Bibliothek? Ja, also ich komme hier halt immer zum Lernen hier besonders, weil ich finde, dass es hier immer sehr ruhig ist. Also ich komme auch gar nicht von hier und ich komme extra hierhin mit dem Zug, um hier zu lernen, weil ich finde, dass es hier sehr ruhig ist. Warum sind Sie hier in der Bibliothek? Also ich möchte Bücher ausleihen, aber ich weiß noch nicht welche und ich wollte mich mal so rumsehen, was es so Neues gibt. Hast du Lieblingsbücher hier in der Bibliothek? Ja, also eigentlich mag ich gerne die Neuen, die vorne immer sind, die Bestseller, die sozusagen zu treu am Laden sind. Die muss ich ja ganz gut ausleihen, für zwei Euro. Was finden Sie an der Bibliothek so gut? Das wissen, dass es so groß ist, dass es so viel Auswahl gibt, dass es so zentral ist und dass es so ein schöner Ort ist, wo man sich hinsetzen kann. Auch zum Beispiel Lernen, wie da drüben, dass es so lange offen hat und dass es natürlich ein tolles Angebot gibt, an Büchern vor allem. Und in welchem Weise schon mal lesen? Ja, vor zwei Jahren, da hat Tocaccio Kasti gelesen. Sonst noch nie hier, auf anderen Lesungen, aber nur einmal hier. Okay, das war es eigentlich für mich. Das geht ja schnell. Viel Spaß euch noch.